Ich glaube, für das Sterben Vorsorge zu treffen ist ein bisschen schwierig. Ich wünsche mir, dass ich dann bei Verstand noch bin, dass ich auch körperlich nicht allzu sehr eingeschränkt bin und es wäre am schönsten, wenn das im Kreise der Familie geschehen würde. Wahrscheinlich eher zu Hause als im Krankenhaus oder so, aber ich bekomme es aus meiner beruflichen Tätigkeit auch mit, dass es auch im Hospiz ein sehr angenehmer Rahmen ist. Vorsorge treffen kann man allerdings natürlich auch für die Bestattung, wie die ablaufen soll. Ich würde mir für mich eine Erdbestattung nach wie vor vorstellen und das natürlich auch mit kirchlicher Begleitung.